Hallo, wie sind wir dabei? Heute werden wir tatsächlich Seaview rausnehmen. Wir haben Seaview jetzt erfüllen. Jetzt haben wir sie rausgenommen. So, Seaview kann jetzt... Also muss die Haltestelle jetzt mal kurz... Damit darf jetzt erstmal kurz der Texte oben geändert werden, weil... Das heißt, Aushaber und Barrier Springs geht jetzt auf 5. Äh, warte mal... Warte mal... So, warte mal, hier... ...eine Uhr übernehmen... So... Satz... Ah, zu vieler Regeln... Heute mal wieder mit dem Mann auf der Höhe, so... ...dass wir heute wechseln, morgen wieder ein bisschen mal durch. Wir haben jetzt die Tage den Gelenkbus gefahren... Äh, die doppelte Gefahr, denn wir sind jetzt ein bisschen anders unterwegs. Ich komme jetzt jedenfalls mit dem mal wieder hier, mit dem, äh... ...Iveco... Und, äh... Ja... Deswegen... Das war's heute so. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen anbrechen. Ja... Wir haben es jetzt tatsächlich soweit durch. Zwei Städte fehlen noch. Also... Aushaber und... ...eben, äh... Valley Spring. Also, wie gesagt, wir werden diese Ecke jetzt zum letzten Mal jetzt in diesem Let's Play fahren. Das ist mir gar egal, was ich sage. Oh, ich darf nicht werden. Ach, das ist das. Diese Scheiße hat ja, wenn die gar nicht auf der Höhe stehen würde. Ja... ...die soll der Vorteil, dass sie wenigstig mit dem Doppelschockplatz unterwegs sind. Sondern wir wissen, wer hier scheiße war. Tut mir leid, ich mach's leiser. Ja, mach's aus. Und steig aus. So. Mit. Also, wie gesagt, warte jetzt von mir mit dem Weko. Bisschen. Wie gesagt, wir sind immer noch die Route 48. Nur jetzt haben wir, wie gesagt, Cview Point weg. Ähm... Also, Cview allgemeines abgearbeitet. Swayte geht jetzt nur noch um Aushaber und eben Valley Springs. Valley Springs sind es noch, glaube ich, gerade vier Haltestellen. Aushaber, ne, Aushaber sind es nicht so viele. Valley Springs sind es insgesamt noch acht. Das heißt, es sind insgesamt noch zwölf Haltestellen. Und dann hätten wir es geschafft. Dann wäre die Aufgabe, alle fünf Haltestellen, äh, alle Haltestellen und alle Haltestellen aufzuarbeiten geschafft. Mal gucken, was heute geht. Doch hab ich ein bisschen Zeit, da hab ich ein bisschen Bock. Ich hoffe ihr auch. Ja. Und, äh... Ja. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. So. Ah, jetzt klar. Upsala, der habe ich jetzt... Sie verarscht, hast du dich jetzt? Wo ist das, du dich jetzt falsch umge... Äh, liebe Spieler, so man muss das falsch umgelegt. Und ja, das... Diesmal habe ich auch nichts gesagt, den Fußgänger, weil... Diesmal habe ich natürlich... Gehen wir zu den letzten Mal, also... Einfach pro Folge, ein Fußgänger muss drin sein, oder? Wir sehen hier, die Leute da. Als Fußfahrer sollen wir doch jeden Fahrgast mitnehmen. Das war nur die Frage, wie, ne? So. Ja, und vielen Dank für viele, viele lustige, viele tolle Kommentare. Also lustig, klar auch. Aber tolle Kommentare, die ich so bekommen habe in der letzten Zeit. Auch wegen dem FIFA Let's Play. Äh... Freue mich, dass euch meine Videos gefallen. Es ist jetzt mal ein bisschen wieder was anderes, um meine Kamera zu sehen. Äh... Dem, teilweise viel Bonbon manchmal. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen, ja klar, Superlation. Da haben wir da auch ein bisschen was zu tun. Das wird nur ein kompletter Stockteil. Also ein... Äh... Mit C-Side Valley noch das zweite Teil. Weil das Ding durch ist, dann haben wir den C-Side Valley durch. Äh... Äh... Den möchte ich gerne auch noch abschließen. Dann haben wir nämlich quasi... Die Ergänzung zum Plus im Monat 18, den wir ja nicht komplett in einem Rutsch, den wir ja nicht gespielt haben. Also die wirklich richtig gespielt haben. Ähm... Und... Äh... Und... Äh... Und das DLC fehlt noch. Was hier noch dazu kommt irgendwann. Ja, die Fischer-Side darf jetzt auch natürlich gerne aus der Halbgestellliste fliegen. Und das heißt, wieder eine weniger auf der Liste. Fischer-Side. Und wir raus. Flup. Ja... Schill. So... Senior-Ticket. Einfach ein Fahrkarte. Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte. Das ist gepasst. Einfach eine Fahrkarte. Das ist gepasst. Bezahlt. Sehr gut. Danke. Danke. Der Vorteil ist, dass wir jetzt nicht mehr hoch auf C-Side müssen. Äh... 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 Sondern wir alles jetzt quasi nur noch hier in... Äh... 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 In der Mitte, die sich in der Stadtgebietsjahr spielt. Also quasi alles nur ein OS Haber und EPC. Ja, der letzten Folge haben wir ja so eine kleine... Eine kleine und freiwillige äh... Grundreise gemacht. Ja. Ich weiß noch doch... Ich weiß noch nicht... Mal im Haus. Mal im Haus. Mal im Haus. Mal im Haus. So, diesmal sehe ich den Fugger. Äh, der D D D D. Mit Fußgänger war ich. So, vergas muss aussteigen. Dann machen wir das doch glatt. Mal im Haus. Mal im Haus. Mal im Haus. Mal im Haus. Ich weiß, es hätte doch viel schneller sein können. Aber dann weiß ich, dass ich für mein Spiel, für mein Display, für was getan habe. Und ich alles selber gemacht habe. sehr gut wir haben jetzt den ganzen anfang mit dabei herauskommen aus habe es jetzt so durch oder wir haben jetzt die ganze stelle aufgefährt und wir haben jetzt gerade komplett alles alles fertig gemacht das wird sie doch alle wenigstens aber was krass hätte ich jetzt nicht gedacht dass wir das jetzt so schnell fertig kriegen wir haben jetzt quasi innerhalb von der folge zwei gebiete weg geholt dann kommen wir sogar fast noch nicht gut durch dafür ist das alles gebieter um das ist jetzt nicht mehr viel so und meine verkehrte einfach verkehrte ja wir haben immer wieder was geschafft heute ich bin zufrieden dafür dass es aber ein bisschen schweppen tief dadurch nicht gedacht dass wir das jetzt zur zeit nach vor allem zu beginnen das gut es ist einfach alles hintereinander hoch aufgewertet worden das war glaube ich auf vier halbstellen oder so die jetzt wieder an der weggefallen sind so ich guck mal gerade perfektion vorbereitung wo es habe und sie weg so dafür fehlt es nur noch release und dann bist du das wissen geht eigentlich weil ich mich nicht vertragen habe haben fehlt es das ganze ding noch ab fertig zu machen dann geht es nur noch das heißt nur noch die ganze abschluss also einmal eine route die ich alle halt stoppteile die ich dann off-screen erstelle dann müssten wir es eigentlich geschafft haben liebe leute alles gut durchkommt das wird vielleicht noch zwei drei folgen brauchen damit mit dem let's play hier durch sind zumindest wie gesagt mit der hauptstorie von angel schoß ich werde dann quasi keine neue playlist anfangen sondern einfach wieder bei 1 beginn mit dem kvd erst mal das dlc und dann wenn wir noch wenn wir noch dann können wir mal rüber nach sie ist ja beliebt aber der ganze weg noch verfolgt das ding ist wenn das hier aber auch das wird kasse das ding jetzt auch noch so eine mission hat von wegen fahr mal alle verhalten haben alle halbe stelle auf fünf hoch mit dem abschluss oder alles oder das was man kann sich nicht alles wird das ist schon krass aber wie gesagt ich würde mich überraschen lassen wird so ist dann müssen wir es halt durch weil es war durchbeißen so die nächste stelle ist dies aus folgenden street das ist jetzt quasi der neue startpunkt dann irgendwann wir werden jetzt nicht noch mal nach australen zurückkehren wir werden jetzt ja ich weiß dass ich das auto gestartet sind wir gerade nicht was müssen wir doch da rein mischen ich werde jetzt auf vier runter sitzen und ich war relativ kurz und guter die saufs und wie geht man aber raus wir sind bei der 21 das wächst ja richtig zu sagen wir sind ja mittlerweile so was von super durch wochenkater so ein stadtgewicht fehlt noch das jetzt ich kann es kaum erwarten zum strand zu gehen so wie so wie soll ich schon dass sie da ist ja wie der vorteil ist dass wir jetzt dann nicht mehr nur einmal die gute farbe sind fast jetzt noch einmal zu ende und dann sind wir in der folge durch und dann gibt es quasi mit dem ganzen stadtgebiet das zweimal pro folge weiter zwei runden pro folge wie gesagt wir haben uns ja heute gut sie ist ja die habe ich ja quasi wenn ihr eine letzte folge noch ausgeballert aber dass wir dann aus habe jetzt quasi mehr oder weniger rausgehauen haben hier da bist du wieso das ist besser zu vereinfachen zu finden jetzt allerdings ein doppelstock so einfache fahrgarten Seniorenticket Alfa-Alfa-Karte 3.20 zurück Seniorenticket, Tageskarte So Eclipse Bay Eclipse Bay Warte mal Jetzt muss ich gerade was gucken Ich habe die Fehler gemacht Eclipse Bay Das ist doch alles okay Warum ich jetzt nicht abgehackt ist, das weiß ich nicht Aber ist es okay Alles gut Es ist wirklich nur noch Wellespring So weit müsste es eigentlich sein Äh Ja So diese 8 Haltestellen noch So Äh Wellespring Ah Wie lange So 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 Wie sitzt die so daneben hier Noch mal die Scheiße dann leise Ja, ganz super Bist du mich verarscht? Das hat er eben schon gemacht, die ganze Zeit, ne? Weg da Weg da Rade, Mann Guck, da kommt der Doppelschock Ist der Ist das der Ist das der Uns jetzt ein bisschen die Route abnimmt? Also der der quasi unsere Route abnimmt? Ist aber so aus, ja Ist der auch zur Pile Street hoch Das ist der Bus, den wir dann quasi jetzt am Anfang der Street Space gefahren sind oder Folge gefahren So So, warte geht's Was? Mir ist das Mir ist gerade beim Mikrofon ein bisschen abgeschwätzt Jetzt habe ich tatsächlich alles, was mich hört Naja Zu spät Ich bin zu weit Jefferson Street Jefferson Street Jetzt haben wir tatsächlich keine Haltestelle überhaupt hätten Und deshalb jetzt kommt noch mal die Meldung So, 3,80 zurück Eine Fahrkarte bitte Das ist viel zu heiß draußen So, warte geht's Aber jetzt habe ich nur über 5 Minuten Verspätung Jetzt hast du noch Leute, die sich vortragen müssen und dann noch warten Ich habe jetzt keinen Bock zu warten Ich habe jetzt keinen Bock zu warten Ich habe sowieso keine Zeit jetzt Jetzt fahren sie dann weiter Wir bleiben jetzt erst mal noch 5 Stunden stehen Aber dann wenn du anfährst, fahren wir auch So Halte Stelle über 7 ist die South Docton Street Ja gut, das ist ein Problem, jetzt haben wir natürlich den Bus die ganze vor uns Das war keine Haltestelle Ich habe mich vertraut Aber ich habe mich nicht verstanden, dass sie gekommen Halte Stelle kann ausgebaut werden Die South Docton Street spiel so senior ticket wie gesagt in der nächsten folge erfahren war das ganze ding jetzt wieder zweimal pro folge so wie ich das immer gehabt habe wie ich das vorher auch schon gemacht habe mit anderen Stadtteilen das war jetzt halt so mega viel weil drei Stadtteile waren komplett die wir abgearbeitet haben das ist auch so glücklich ist ja auch jetzt weg das heißt wir fahren jetzt ich werde es danach noch mal diese rute löschen zur neuen folge und die neue erstellen ich will das wieder ein bisschen Chaos geben aber ich lasse es einfach so sein ich hätte nur ein bisschen umbauen warum müsst ihr eigentlich immer mal jetzt im Moment losgehen fahr doch das ist viel zu heiß draußen keine rutsche fahrer rein mit der ist hier ich muss gucken wo die ist das kann aus das thema hatten wir schon ein paar mal ich glaube ich wünsche zwei mal rechts abgebildes abgebogen hier so die wenn ich bin gehört church und auch die valley spring church fliegt jetzt mittlerweile aus der liste raus ich muss jetzt ich muss die tatsächlich noch mal ein bisschen anders anordnen weil das ist mir zu viel ich weiß jetzt kann man doch wir planen die quasi jetzt noch mal schön neu 1 2 3 4 5 ich nehme nicht an dass sie jedes mal die fahrkarten ich glaube ich habe es gibt heute keine fahrkartenkontrolle damit wirst du noch 6 halte stellen sein damit wirst du noch 6 halte stellen sein ja das sind 6 halte stellen so gut dann werden wir nicht es gibt heute keine fahrkartenkontrolle so aber wir haben sie dann auch noch gefahren ich brauche sie dann auch noch um so wie sie es mir gerade gemacht habe ist es am besten nein der muss jetzt hier noch ein schild das ist der doppelstock schon der wusste natürlich etwas anderes komm komm das wirst du noch 7 das ist das mikro warum auch immer das jetzt auf einmal doch wieder ausgegangen ist ich hoffe man hört mich noch so nächste halte stelle ist die king street wie gesagt nächste folge werden wir dann das stadtgebiet hier nochmal in ruhe fahren ich hoffe die nächste halte stelle kommt bald ich muss warum geht mein mikrofon die ganze zeit aus und wieder weg so zum glück habe ich den bus noch erwischt Moment mal ist das überhaupt der richtige bus ja ja wird schon gern passt so so vielleicht sollte ich stattdessen eine karriere bei all directions anstreben ich werde dich voll zu spät ich werde dich voll zu spät und jetzt hast du wieder einen Rollstuhlfahrer der aussteigen will ach jetzt ist sie doch noch ok so ein schöner Tag ja ok die wollen jetzt alle nicht mit mir mit die wollen jetzt alle meinen Kollegen mit ich muss nochmal Leute wecken ich muss nochmal Leute wecken ich muss nochmal Leute wecken ähhh so das ach ja ist war hier so vergangene ja die frage ich habe jetzt wieder über sieben halb minuten verspätung so naja aber alles ist gut so nächste halte stelle ist da die ja lass mich doch in ruhe ich bin da ein bisschen so also zwei halte stelle noch und dann haben wir es ich hoffe dass wir die vielleicht noch aufwerten können oder eine davon zumindest nehmen wir sie auch soweit die ist auf 11 da oben so die halte ist hier so steht die brauche ich kann man nicht rausschmeißen also für eine neue schenke also wird sie bestimmt nicht auf mich oder jetzt ist schon sehr alt aber sie beklagt sich nie sie ist immer gut drauf so tageskarte 380 zurück so normale verkarte einfach verkarte ja mit anderen verkarte haben jetzt noch noch einer ernst soll jetzt halte stelle danach noch dann haben wir zumindest den nächsten teil weg und dann baue ich die neue route für die nächste folge ja dann hört der fahrgasse scheiß ich habe der verspätung von sechs minuten und muss jetzt noch mal aufstehen und lackaffen zu auszumachen macht die chef booker aus dein zeit mein gott so pop hat sänger da jetzt seine musik da abstellen diese verkleidung mit technischen problem zu kämpfen leider durch mein mikroflur ich hoffe nicht den richtigen punkt jetzt habe ich mit dem schneid und alles zusammen haben aber das klimaschallung bringen ja und dann brauche ich wieder durch diese routine erbaue ich eine neue route auf für die für die letzte teil das heißt dann bradys spring noch mal hoch zu pushen und dann sind wir mit dem rechten teil durch so viel so wird sie fast sieben minuten verspätung kommen wir dann an und haben es geschafft level 125 mittlerweile so alle frage ist jetzt raus ich mache auch hier gleich meinen feierabend oder potenziell fahrer löscher diese rote hier neue rote stellen das heißt dann jenny spring auf auf 5 jetzt mal wieder aber schön grün damit so passt das wird natürlich über die rote 48 werden obwohl ich das ist mein geburtsjahr so dann fehlt es jetzt noch das ist dieses ich hoffe dass ich so richtig alle wische ich werde jetzt noch mal ich habe jetzt deswegen habe ich jetzt den bus alleine stehen lassen weil sind sie jetzt alle oder was 1 2 3 ja so wirst du eigentlich alles soll es wüsste 50 stellt sein 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 5 6 so ich habe die rote auf sechs seiten stellen sind oder ich was vergessen habe sind fünf und ich weiß nicht wo sie vergessen haben ich tausche unter der nächsten runde ich werde es hoch zur halte stelle mainz springen ich bin weg gefahren so und in der nächsten folge werde ich jetzt hoch ich gehe zur schnell reise und in der nächsten folge fahren wir sogar zweimal pro folge fahren das ist die falsche seite da ist ja schön das wird eigentlich für bebeko jetzt passen ja bis jetzt in der nächsten folge wieder und danke jetzt weiter mit dem finale vielleicht 21 zumindest was die aufwertung betrifft bis dahin